Was ist Performance-Marketing und wie plane ich eine effiziente Online-Kampagne? Wie erreiche ich meine Zielgruppe in der digitalen Welt? Und mit welchen Tools kann ich meinen Erfolg messen oder sogar noch weiter verbessern? Im Seminar Einführung ins Online-Marketing wollen wir Ihnen genau das zeigen. Folgen Sie dem Gründer der Online-Marketing-Rockstars Philipp Westermeyer und dem SEO-Guru Christoph Busek in die Welt des Online-Marketings. Sie erklären Ihnen, wie Sie mit Google, Facebook, YouTube und Co. Geld verdienen. Die vorgestellten Strategien, beispielsweise im Suchmaschinen, E-Mail und Social-Media-Marketing ermöglichen es Ihnen, anhand kleinschrittiger Erklärungen Ihre Zielgruppen spezifischer anzusprechen, den Erfolg genau zu analysieren und Kampagnen wirkungsvoll zu optimieren. Der Medienökonom Prof. Dr. Armin Rott begleitet Sie dabei zusätzlich als wissenschaftlicher Marketing-Experte und ordnet die verschiedenen Kanäle und Maßnahmen in einen Gesamtzusammenhang ein. Mit dem Zeitakademie-Seminar Einführung ins Online-Marketing erhalten Sie klare und direkt umsetzbare Guidelines, mit denen Sie digitale Werbekampagnen entwickeln, messen und erfolgreich optimieren können.